Hey und herzlich willkommen zur zweiten Runde von fortnite es sind 100 spieler wir spielen wir sind im 2er team und wir müssen auf das letzte überlebende bleiben Hallo Es ist kein Unterschied zwischen der Garmin, Sturmgeheuer und Schwarzen Nein, ich habe einen Unterschied Der Garmin ist trrrr und schwarze trrrr Zum Gefängnis Prison Break Ich gehe zum linken oder rechten Ich glaube zum rechten Oh, in der mitten ist Waffen Geh in die Mitte Ich Ja Ich Ja Ich meine Bist du rechtsklar und dort? Nein, gell Ich bin in der mitten Ich bin bei der mitten von der Tür Da oben Ich bin unter dir Ich bin in der mitten Tick Da kommt eine Granate Hinten müssen wir Hinter dem blauen, violetten Wow, groß Gib an Nice Wo ist die zweite? Weiß ich nicht genau Nur noch 3 Schuss, dann muss ich auf andere Waffenspiel Da hinten ist ein Potion, da müssen wir eigentlich Nice Bist du unter Arm gestalten? Genau Aber ich glaube der zweite wird wahrscheinlich eher aggressiv gehen Und Wow, wo ist der wirklich? Er ist da der vor mir Warte, ich nehme noch eine Waffe, okay Da, hier ist dort Und Zweite Etage Da rechts eben Hinter dir Hinter dir Hinter mir Was ist da passiert? Da ist ein Waffe Boom Alter, rennen wir irgendwo anders hin Ja, da kommen wir durch Okay Scheiße, ich muss noch mal drücken Schau, du schaust da Ja, ich schau aber keinen Hund Ne Das macht mir Das passt mir da, Scheiße No Wo ist er? Eine Waffe in 3 2 1 Was? Irgendwann der Scheiße. Komm mit, ich weiß, wie gut das ist. Holy shit, du weißt du was? What? Wie stark, wenn's schon ging's? Ich weiß nicht, Blut. Hast du einen Autoshot gehört? Ich brauch eine Munition dafür. Ja, ich weiß. Pass auf. Oh Schwede. Der Links hat sich nämlich krach. Ah, ich weiß wohl. Unter uns, Züge. Willst du auch öffnen? 3, 2, 1. Ja. Ich hab dich mal auf vorher rufen lassen. Jetzt explizitsch wieder alles. Ich geh da nicht. Willst du mit, noch? Ja. Ich geh doch zurück. Meine Güte! Ja, das ist eine gute Zeit. Ja, das ist eine gute Zeit. Hahaha. What's happening here? Geil, Autoshot. Geil, Autoshot. Aber schau. Erst wenn wir nicht mehr haben. Ja, zwei Raketen. Ja, ungefähr mal. Geil, Autoshot. Ey, doch. Nicht da draußen, Alter. Ja, gut. Oh, scheiße. Ich hab einen Mut. Ja. Ah, 50er. Eher Kisten. Eher Kisten. Neuer Kisten. Nein. Hach. Wenn er feit ist, dann hast du es lieber. Geil. Irgendwo da, wenn die Kiste geht. Ja, ich hab's da. Noch ein Medikid am Anfang. Ah, der Vorder kommt. Ja, dann rein. Tschüss. Hey, das ist aber schnell. Scheiße. Jaaa, Geranimus ist direkt hinter mir. Und? Ich verliere Leben? Ja. Okay, das ist wieder interessant. Der Sturmfilm. Ey, wir haben uns zu lange aufgeholt. Ach so, die Zeit, hab ich gedacht, ist doch, dass der Sturm erst kommt. Ah, das ist in 1 Minute easy. Das schafft man, glaube ich, nicht mehr. Ja, das kann man schon sehen. Ach, das ist spannend. Ich glaube, das Essen ist gesund. Ich probiere es einmal aus. Ach so, hab ich, ich kann ja erst ab... 40? Nein, 50. Ja, der hat erst abgeholt, weil er auf die Zeit geschaut hat. Ab 50 ist immer ein Schaubes, was bringt. So. Ich glaube, ich bin nicht gegangen. So, proben. Na, geht. Okay, geht. Ich komme noch weit, glaube ich. Ich komme noch weit. Ich habe es anscheinend gerade abgeholt, aber... Aber die kannst du wieder die nächste nehmen. Ach, das ist schwer, das geht vorbei. Ich frage mich, ob das Essen was bringt, aber ich glaube schon. Na, gleich. Warum jetzt... Ich habe quasi 100-mal die Kiege genommen. Und auf 19 HP... Ja. Wir haben auch 8 HP hochgegangen, das heißt, spätestens mit 15 HP solltest du es nehmen. Schau mal, wir haben 46, meine ich. Wir schaffen das sogar, ich schaffe es zumindest. Ja, wenn es da vorne aufhört, schaffe ich es auch. Ich habe sogar 2 Raketen mehr auf, also 2 Schuss. Also bis auf viele Bandagen habe ich eigentlich gar nicht so viel verbraucht. So viele Bandagen hätte man glaube ich nicht gebraucht. Hast du noch ein paar wieder? Ja, aber warte, ich schieße mich immer so rein. Jetzt geschaut. Ja. Ja. Du kannst mir auch nicht gebrauchen. Ich glaube, dass du die Hälfte. Ich bin gegangen, gell? Doch. Du hast 3 gekriegt? Ja. Wir sind 2 oder noch. Ja, wenn du nicht gehst, dann stimmst du wieder weiter. Ich bin gelaufen. Geil. Ich habe auch Schuss eingeladen. Ich bin mega. Ich habe gerade etwas auf uns geschossen. Ja, ich weiß. Ich kann gerade etwas. Bis zum 3 grey von der Rakete. Zul l mir mit Myניiketen, dir aber etwas wasted na we Schiss? Bei mir sind zwar. Zul unsere Raketen mehr drauf schießen? Ja. 3-4- Haust du bitte? Du schießt nirgends nirgends? Ja Du schießt nirgends nirgends drauf Nein Hier kommt die Bruder Nein Du schießt nirgends Nicht? Es gibt's nirgends Ihr besser Also du droppst mir bei Bandagen Wenn ich die droppe, dann stehe ich während dem droppen, oder? Ja ich stehe fix Hallo Soll ich noch random meine Paketen werfen und umschießen? Wie weit ist denn das noch? Boah So Bye bye buddy Aber du schießt nirgends auf Die passt drauf Ihr habt drauf? Nein weiß ich nicht Wie hat er noch drauf? Interessanterweise Hat die Gegner abgeschossen? Ja es hat mir Gegner abgeschossen, aber der ist hart da drinnen Ich glaube Alter es sind aber frohle, gerade sterben gerade von der Borda Alter Die ist immer so weit weggespawn Zwar mal nämlich Das ist echt, das liegt was dran Es ist bitter Danke fürs Zuschauen Wenn euch das Video gefallen hat Wenn euch das Video gefallen hat Schreibt es in die Kommentare Gebt einen Daumen nach oben falls euch das Video gefallen hat Abonniert uns und tschüss. Ciao.